So Leute, Willkommen zu meiner neuen Runde Minecraft in Nia, seit längerer Zeit. Heute spielen wir meine Runde Minecraft Survival Games auf Live Boat. Leider nehme ich mich mit sehr vielen Spielern, weil die meisten auf Online-Servern unterwegs sind oder gar nicht mehr spielen, weil Minecraft ja jetzt durch, Fortnite out ist. Was rede ich davon? Minecraft hat schon lange vor Fortnite eigentlich aus. Daher sind schon gleich zwei Spieler. Da haben wir den ersten. Was ist der zweite? Da haben wir den auch. Wir haben keine Rüste. Also wir haben Rüste, aber schlechte. Ich muss mal was ablegen. Man bekommt hier so viel, dass man irgendwann gar keine Übersicht mehr hat. Um die Schneisenbahnbette kann ich noch brauchen. Da habe ich jetzt auch wirklich wieder die Brustfahrt weggelegt. Die Schuhe habe ich auch weggelegt. Meine Brüder. So. So. Schauen wir mal da oben. Dass ich fast da oben drin ist. Das ist normaler. Okay. Nein. So. 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 Der nächste. Ach, ich bekomme, ich schreit mir, wahrscheinlich nicht, ich kann in die Richtung noch schön. Ich muss nicht gehen. Ja. So. Ich habe es in dem Zweck. Ja, gut. Sorteilen, so viel Möden in den Trenn, alles klar, jetzt gehen die Ketten werfen. Nein, die Ketten muss jetzt kommen. Nein, das schreckt nicht. Das spielt doch nicht mal so rum. Nur der nächste ist. Ja. 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 Das sind sogar zwei. Das ist aber schon, dass Teams nicht erlaubt sind. Ja. 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 ich bin definitiv tot. Leute, die im Solo-Team sind scheiße. In jedem Spiel ist das so. Im Solo-Mond zieht man nicht. Ist jeder für sich selbst zuständig. Man! Könnt ihr jetzt auffolgen? Das nervt jetzt leider von mir. Was ist denn der Scheiße? Maaan! Hier reinziehen. Hier, was ist denn? Ich bin wohl, du! Scheiße! Maaan! Ja! Ja! Ich bin belastet! Ich bin begeistert! Ich bin über ein richtiges Bild. Ich bin glücklich! Dann kommt man sage, was er antonnen? Wenn er so gerade gelesen hat. Da ist der Koppelgegang. Ja, da würde ich mal sagen, was das auch wieder mit dem kurzen Knacken Survival Games Video. Ich hoffe es hat euch gefallen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!